Klar, man darf gerade nicht wirklich ausgelassen feiern und ein bisschen Disziplin ist auch nicht schlecht in diesen Zeiten. Aber wenn Sie trotzdem einen Anlass haben und diesen auch feiern wollen, dann mit Abstand, aber möglichst festlich und stilvoll. Smokings in Burgunder Rot, in Grün oder Royalen Blau sind ideale Outfits für Festlichkeiten und in diesen Farben auch tagsübertragbar. Oder auch andere sehr festliche Modelle sind möglich. Ein Tipp an diejenigen, die was Besonderes suchen. Mein Name ist Dirk Frischau von der Lara Kleiderfabrik und dem Bonaschelli Factory Store. Kleider machen Leute und wir von der Lara Kleiderfabrik wissen, wovon wir sprechen.